hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play minecraft und heute mit dabei ist die liebe gerda hallo grüß euch und im hintergrund aber leider kann sie nicht mitspielen ist die liebe tabu hallo ja sie wird nur so ein bisschen mit zuhören vielleicht wird es auch irgendwo mal ihr senf mit abgeben sie kommt leider nicht mehr mit hier auf meine spielwett drauf wir wissen leider nicht warum wir haben schon alles mögliche versucht und ja geht leider nicht so wie wir das gerne möchten so ich halt einfach zu wir wollen am kölner dom weitermachen die liebe gerda wird sand holen damit wir für die fans genau buntes glas wieder bekommen ich werde in derzeit hinten die das rote glas abbauen damit wir das dann so bekommen wie letzte woche mit dem einen turm damit wir da gleich haben und schon bin ich weg ich mache mich auch auf sie schickt mich in die wüste vergess den staubsauger nicht ich bin nicht blond wenn ich inzwischen heller werde dann wegen graue haare nicht wegen blond auf knöchel verstaucht schon wieder kacke egal meine sicherheitsschuhe könntet ab so jetzt hier sand und schaufel 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 ach das muss ja alles wieder neu gemacht werden wollen ja das war ganz schön viel das hat nichts gebracht wir mussten die fenster versetzen und wenn du da andere farben nehmen willst nützt es auch nichts ich habe dieses glas da zu lassen ja ich rufe jetzt erstmal schon mal das glas raus und dann muss ich noch mal hinten gucken wie wir das versetzt haben weil das ist ja jetzt wieder spiegel verkehrt ich komme dann nachher und sagt dir an weißt du da ja glaube ich am besten das macht aber erst mal mache ich hier ein bisschen warum mal die landschaft ein wenig ja liebe leute wir waren auch schon ich hoffe ihr seid uns da nicht böse drüber unterwegs und haben materialien geholt dann werden ja gar nichts mehr gehabt wir waren völlig blank wir hatten keine kohle ja das ist ein grausames schicksal das kennt ihr bestimmt auch keine kohle zu haben nicht nur im spiel ne ne das ist sehr realitätsnamen minecraft ja glaubst du nicht und wir haben sogar diamanten gefunden ja sechs zucker der fies grausamer welt ja furchtbar etwa darum gegraben haben ja genau werden bestimmt fünf chance lang gegraben und nix acht fünf reicht nicht bei dem ewig langen gang den du da reingehauen ja da muss man beim nächsten mal auch noch mal weiter schauen weil da hattest du mich ja gerade gerufen dass die diamanten gefunden hast da habe ich ja aufgehört ich weiß nicht wenn wir sie die jetzt abgebaut haben ob dann da nun noch mehr sind das ist ja mal die frage du scheinst da so hoffnungsfroh zu sein ja nur was da wo man einmal welche gefunden hat auch noch mehr sind ja ich weiß ich manchmal wenn du so eine ade hast nun lasst mir doch den glauben hier noch ein bisschen rum ich bin mal gespannt ab wann rote sich meldet wollte der sich dann noch mal melden hat er sagt er meldet sich wann weiß ich nicht na ja ganz drauf an was los ist ja offenbar war nicht das schlimmste wieso war was er hat wir hatten telefoniert ich hatte ihm angerufen das war so dann hatte ich mit dem telefoniert so kurz vor zwei war das noch und sagte ja ich war jetzt gleich von meinen eltern nach hause und um drei uhr sehen wir uns da freue ich auch schon mega drauf gefreut und eine viertel stunde bevor wir jetzt hier zum aufnehmen verabredet waren sagte ich muss leider absagen meinem vater geht es nicht gut wir haben ja einen notfall ja sonst kann man nur hoffen dass das nichts schlimmes ist ja wer weiß gott sei dank sind wir ja in deutschland rundum relativ gut versorgt ja in anderen ländern dann sähe es jetzt anders aus kannst du wohl glauben wo ich versuche hier hinten so ein bisschen die landschaft so zu erhalten ja so aussieht als soll es wäre hier gar nichts gewesen was ich manchmal richtig schwierig finde ja ist es auch aber aber hier ist es mir gelungen sehr schön jetzt haben wir hier hinten diese schlucht schon mal dazwischen das ist und ding na gut dann baue ich eben hier um die schlucht drum rum da waren wir schon drin das haben wir alles ausgebaldowert glaube ich okay komm mach mal das hier auch schon weg weil das wird ja sowieso alles verschoben okie dokie hier bin ich fertig wie sieht es jetzt hier aus lass mal gucken hier habe ich noch ein reiche betätigungsfeld das das muss alles weg alles muss raus hier brauchen wir kaktusgrün kann ja nicht schaden oder hat kann ich schaden gut dann sammle ich den mit ein das kann echt nicht schaden so ein grün denn wir haben ja auch grüne fenster auch wenn er tell grün ist aber dafür braucht man ja erstmal die grundfarbe grün ja brauchst du warum schmeiße ich meine spitzhacke weg kann es mir mal einer verraten magst du die nicht mehr ich habe keine ahnung was mit mir los ist hier erst baue ich immer meine werkbänke an die warte setzen will und jetzt habe ich meine spitzhacke weg weiß ja auch nicht nicht heute neben der kappe ja irgendwie schon ich habe noch platz kann noch weiter schaufeln leistig schaufeln hast du denn die kohle schon in die öfen gepackt ne die hatte ich alle in die kann ich aber nach oben kohle truhe ja gut dann hole ich sie mir dann gleich da raus und macht glas wenn ich hier fertig gesammelt haben ja ich bin gerade mit dem fahrstuhl runter ah ja ich tue der die kohle das schon mal rein ich habe das glas schon komplett abgebaut dann komme ich am besten schon mal hoch mit dem was ich habe war ja und was braucht ist der lille haben wir noch genug rote blümchen am start also lila habe ich müsste ich noch farbstoff haben warte mal also wir haben noch ein stack und 52 lila glas das reicht ja ja und dann haben wir noch zwei violetter farbstoff und ich meine dass ich auch noch lila blumen unten habe rote brauchst du das musst du mischen mit lapis oder rote ja also das haben wir gut was brauchen wir sonst sorgt die öfen sind gefüllt wo das sind die alle schon wieder fast weg die ganzen kohle ja als nur 34 6 aber noch du hattest zehn stacks oder ja und das mit der glücks spitzhacke ja macht sich dann doch ganz gut war ja so ich nehme mal blaues glas huppala mit mann lila glas was braucht man denn wir brauchen ja wieder dieses hier was ist das steinziegel und gemeißelten dein ziegel und gemeißelten ok ich tue mal das kaktusgrün hier rein und dann haben wir sandstein irgendwo hin gepackt wie auf kiste dumme ich warte mal dann braucht man immer erde um sich rumzubauen und ich gehe mir noch mal ein klein bisschen sand holen weil ich mich damit ja immer so schön runter bauen kann ja ich warte noch auf das glas läuft bis sie kann ich ja noch abbauen so so sonst der kabel schon mal wieder volle an glas das geht ja rucki zucki hier ja muss ja ich habe jetzt maincraft musik die hatte ich vorhin ich bin im ende und habe wobei die musik ist gar nicht so schön so ich glaube glas habe ich erst einmal genug schön alles andere gemeißelter standard nehme ich später mit erstmal ist glas wichtig wo bist du gerda 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 hörst du mich noch ich höre dich ich bin hier noch mal ein bisschen beim sand schaufeln ich habe gerade so ein lauf in diesem sand ding hier ok dann komme ich gleich hoch und dann können wir da zusammen dran ackern wo ich komme mal rauf um die ecke und darum die ecke und hier hoch so ich flitze ich argele ich renne da kannst du verhungern den dom durchquert hast so jetzt so jetzt übertreibst du aber ja so schlimm ist das nicht nein dann wird nur als neuer noch ein bisschen sand vorrat und grün alles klar was sagst du ziegel und verzierten genau wo ist das denn drin wir sind steinziegel man kann aber mal neue machen lalalalalala aircraft musik tun 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 so so Ähm, hatten wir da oben, was für einen Boden hatten wir? Platten, ne? Ach, da hatten wir die Platten gehabt. Ja, 16 sehe ich gerade, haben wir noch, ne? Haben wir denn noch Cleanstone? Ich hab Wäldchen auf Tasche, ich kann dann machen. Ähm... Ich mach auch noch mal, weil brauchen werden wir sie ja. So, ich hab Spice-Decks. Bastel, Bastel, Bau, Bastel. Wir können eigentlich auch noch mal Steinziegel machen. Das mache ich mal eben. So, ich hab dreieinhalb Stacks vergemeißelte. Das ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, ich mach grad auch noch mal. So, und dann so und so, das gibt gemeißelt. Also, ich hab eins der 56 gemeißelten mit. Ich hab auch eine Menge jetzt mit und von denen hab ich auch... So, sollte jetzt Funktion nuckeln. Okay. Dann auf nach oben. Die andere Wendeltreppe da drüben, ne? Stimmt, die können wir ja nehmen. Du kannst bestimmt auch im Fahrstuhl nach oben mit deinen verzauberten Schuhen. Ja, das geht. Aber ich ersaufe unterwegs. Ich muss Drehwurm in Kauf nehmen. Ich mach das auch, dir zuliebe. Oh, danke. Geste mit mir. Ja, das ist auch so ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, ne? Frauen gehen zusammen aufs Klo. Männer eher nicht. Das stimmt. Was haben wir drüben? Boden. Jetzt geh ich erst mal gucken. Ich will hier einen Fußboden haben, sonst packen wir uns doch sofort auf die Fresse. Das stimmt. Aha, bei denen ist es also mit Platten ausgelegt. Damit fang ich jetzt mal an. Das heißt, wir müssen... Bündig... War das bündig zu den Glowstones? Ja, die sind bündig drin. Das heißt, auf der... Ebene hier, ne? Auf der Ebene. Und wie weit? Da können wir uns ja hier dran halten. Bis zu der... Mhm, mhm, mhm. Ja, die ist hier. Hier. Bis hier. Aber die Ebene ist ja wichtig. Wie hoch muss ich denn jetzt? Da muss ich jetzt mal gucken. Das war die hier, ne? Genau, der Glowstone war hinterher hier eingefasst. Genau. Da wird... Hm. Sag mal, jetzt wirklich... Hm. Ich bin am überlegen, ob ich hier drunter nicht Erde mache. Willst du es ausfüllen? Zum... Ja, ich weiß nicht. Hier ist zum Beispiel Holz. Brauchst du nicht? Hier ist gutes Holz. Rode. Der hat was gebraucht, um dran zu bauen. Ach so, das können wir da nicht. Da müssen wir... Cobblestone Slabs haben. Dann gehe ich die doch noch mal holen. Die sind in der Truhe, habe ich auch schon gesehen. Ah ne, hier brauchen wir ja nicht mehr. Wir können ja die Clean Stone Halben nicht auf die Cobblestone Halben setzen. Das will er ja nicht. Was ich schade finde. Ja, diese Dinge finde ich extrem schade. Ich habe mich schon beim Hausbau so geärgert, dass ich dann wieder so eine fette Decke reinziehen muss. Wenn ich als Decke nicht dasselbe Muster haben will, wie der Fußboden oben, ne? Ja. Was man ja nicht unbedingt immer will. Ja, und anstatt da dran zu popeln, habe ich jetzt Eisbären. Schön, danke. Neuer Update wird ja auch... Ah, es wird Rucksäcke, also Rucksäcke geben. Das ist geil. Ja, es sind Kisten, also nicht direkt Rucksäcke, Kisten, die du mitnehmen kannst. Kannst du auch unterschiedlich einfärben. Oder gibt es in unterschiedlichen Farben und dann kannst du mehr mitnehmen. Das finde ich gut. Das ist richtig geil. Und es wird Lamas geben. Super. Ich brauche keine Viecher. Ich brauche nicht noch mehr Viecher. Und es wird Menschen geben. Die sind richtig groß. Habe ich schon. Was wird es geben? Na, Menschen. Also das ist so ein riesengroßes Gebäude. Da sind auch neue Feinde drin. Wie schreibt sich das? Ach, M-A-N-S-I-O-N. Habe ich jetzt vielleicht falsch ausgesprochen. Ach, Manjins. Manjins. Ja, Manjins. Ähm. Wenn du meine Bing tief hältst oder sowas, stirbst du nicht, wenn du die bei dir hast. Die gilt aber immer nur einmal. Aha. Na, das ist ja für ein Dingsbums. So. Aber die Rucksäcke feiere ich. Auf jeden Fall. Sind wir auf der Höhe wirklich? Machst du das wirklich alles zu? Warum? Ja, das hier sieht man ja von unten. Deswegen habe ich es da hinten zugemacht. Da kommt doch noch ein Gewölbe rein, oder? Nicht? Was sieht man denn von drüben? Sieht man das hier unten nicht? Äh, ich meine, wir würden da Gewölbe hinbauen. Dann kann man die ja immer noch wieder rausrupfen. Ja. Na ja, weil Klinis extra mit Kohle gebrannt, weißt du. Ich mach erstmal so, damit wir überhaupt drauf laufen können und nicht runterfallen. Ja. So. Das war mir erstmal wichtig. Ich geh mal drüben gucken. Ja, da fehlen noch Gewölbe unten. Hier sind eins, zwei, drei Gewölbe im Turm. Und hier haben wir im Prinzip hier eines. Dieses hier. Hier muss noch ein Gewölbe drauf. Da wo du bist, ist die Treppe und hier muss auch noch ein Gewölbe. Hallo. 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 Na? Wie geht's euch? Gut. Und wie ist es bei dir? Ach ja, heute ist auf jeden Fall besser. Gestern war scheiße. Ah. Ja. Und sonst, ihr seid gerade am Aufnehmen, ja? Wir sind am Aufnehmen, ja. Ja. Kannst du mal guten Tag, liebe Freunde, sagen? Hallo, Freunde. Wie immer, ne? Ja. Ja, du hörst dich auch besser an als gestern. Ja, ja. Finde ich auch. Gut, dann will ich auch gar nicht weiter stören. Das tust du nicht. Du musst grad hier ein Leben rein. Ach so. Seien alle gestorben oder was los? Ja, so ungefähr. Nee. Tabo kann leider nicht mitmachen, die kommt bei mir nicht mehr drauf. Wieso? Ja, keine. Weiß ich nicht. Ich hab schon alles wirklich ausprobiert. Ich bin die Stimme aus dem Auf heute. Hä? Ja, der Rode musste kurzfristig absagen, irgendwas ist mit seinem Vater nicht in Ordnung. Ob den Notarzt gerufen haben, keine Ahnung. Mit seinem was? Mit seinem Vater. Ah, okay. Das Vater kam irgendwie nicht durch. Äh, ja. 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 Okay. Das ist ja blöd. Ja, das ist böse, sowas. Wundert mich, dass Tabo nicht draufkommt. Nee. Okay. Es hat ja sonst auch mal funktioniert. Ich weiß nicht, woran es heute liegt. Aber Gerne ist drauf, oder wie? Ja. Ich bin da. Ja. 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 Das ist Technik. Ja. 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 Ja gut. Ja. 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 Ja, die dann in den Ecken. So. So. Dieses. Und. Und. Und jetzt müsste man das von unten, da muss man jetzt von unten auch nochmal ran. Aber wenn ich hier abkloppe, dann ist da nichts. Dann fällst du tief. Dann muss ich mich von unten mit Sand hochbauen, um da gegenzusetzen.